Jetzt und so kommt heute auch mit freundlicher Stützung von Kasper, der Matratze. Das ist der preisgekrönte Matratzenhersteller mit der einen Premium-Matratze. Ihr bekommt die Matratze in einer kleinen Box, so ungefähr wie so ein kleiner Kühlschrank groß geliefert. Ihr macht sie auf, macht die Folie auf, die Luft aus dem Raum, wird in die Matratze reingesaugt und ihr habt eine Matratze da. Ja, Versand und Abholung sind kostenlos in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie ist made in Germany. Sie verbindet federnden Latex und stützenden Memory-Schaum und schafft so eine Schlafoberfläche, die sich perfekt an den Körper anpasst. Ich bin jetzt, glaube ich, seit anderthalb Jahren auf der Kasper-Matratze nachts unterwegs und ich bin sehr zufrieden. Ich habe mir die Zeit genommen, am Anfang die 100 Nächte kostenlos Probe zu schlafen. Das könnt ihr auch tun. Nach 100 Nächten entscheiden so, ja oder nein. Wenn ihr sagt, ja, dann behaltet ihr sie. Wenn ihr sagt, nein, die ist nix für mich, was auch sein kann, weil jeder schläft anders, jeder bevorzugt was anderes vielleicht. Wer wirklich bretthart will, ist da an der falschen Stelle und wer super weich will, ist da auch an der falschen Stelle. Sie ist so in der Mitte. Durch die Kombination finde ich das aber recht gut. Gut, ihr könnt, wenn ihr unseren Code benutzt, auf kasper.com slash spitz, 55 Euro auf den Kauf einer Matratze sparen und ihr könnt euch anschauen, was wir noch haben. Es gibt Kissen, es gibt Bettwäsche, es gibt Spannbetttücher und diese Sachen und auch alles in einer sehr angenehmen Qualität. Die Kisten sind zum Beispiel nix für mich. Die habe ich eine Woche oder so ausprobiert und das war nicht gut. Die ist ein bisschen zu hoch für mich gerade. Wenn ich auf dem Bauch schlafe, das ist ein bisschen zu viel, aber vielleicht für euch voll ideal. Deswegen einfach ausprobieren, das kann man nicht wirklich allgemeingültig sagen. Kasper hat keine Zwischenhändler, keine Läden und die Ersparnisse werden direkt an die Käufer, an euch weitergegeben. Der Preis für normale Matratzen, hochwertige Matratzen, der geht oft los bei 1000 Euro. Die Kasper gibt es aber schon ab 425, 425 für die 80 Zentimeter und dann geht es hoch für die 2x2 Meter auf 950. Und sie haben inzwischen auch Überlängen mit 2,10 Meter. Probiert es einfach aus. 100 Nächte kostenlos. Probeschlafen im eigenen Bett. Wenn ihr euer Bett nicht mehr mit der Kasper Matratze teilen möchtet, dann wird sie kostenlos abgeholt und ihr bekommt euer Geld zurück. Ihr müsst gehen auf kasper.com slash Bits und Bits ist auch der Code für 55 Euro Preis nach Lass. Schaut auf kasper.com slash Bits. Herzlichen Dank für die Unterstützung.